Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man ein Paypal-Guthaben auf sein Bankkonto überweisen kann, welches mit dem Account dementsprechend verknüpft ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir in einem beliebigen Browser in der Adresszeile www.paypal.com öffnen, anschließend natürlich mit dem entsprechenden Account einloggen und dann können wir hier unten bei dem Paypal-Guthaben auch schon den Button Geld einzahlen oder abbuchen sehen, wo wir einfach mal draufklicken. Als nächstes müssen wir mal den Punkt Geld abbuchen auswählen, da klicke ich also auch wieder drauf und schon haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze auf unser Bankkonto bekommen. Entweder mit der Standardvariante, was einfach kostenlos und innerhalb von ein bis zwei Werktagen geschieht oder aber auch mit der Sofortvariante, da ist das Ganze normalerweise innerhalb weniger Minuten auf dein Bankkonto, aber du musst auch eine Gebühr von einem Prozent bzw. auch eine Mindestgebühr von 25 Cent zahlen. In meinem Fall möchte ich das Ganze aber kostenlos machen, weswegen ich einfach mal noch das entsprechende Bankkonto auswähle und wenn das geschehen ist, einmal noch auf Weiter klicke. Nun muss man noch seinen gewünschten Abbuchungsbetrag eingeben. Darunter kann man übrigens auch erkennen, wie viel man insgesamt auf sein Guthabenkonto drauf hat und wenn das Ganze stimmt, so wie bei mir, wieder auf Weiter gehen. Im letzten Schritt müssen wir nochmal unsere Abbuchung überprüfen und wenn du zum Beispiel US-Dollar auf deinem Guthabenkonto drauf hast, dann wird das Ganze automatisch vom Paypal zu diesem Wechselkurs hier unten in Euro umgerechnet. Wichtig ist aber auch, dass hierbei auf jeden Fall Gebühren anfallen können. In meinem Fall ist das jetzt nicht so. Und dann sehen wir hier unten nochmal den Betrag, den wir am Ende wirklich auf unserem Bankkonto auch erhalten. Bei mir passt es, weswegen ich auf den Button 0,08 Euro abbuchen klicke. Wie wir sehen, beträgt mein aktuelles Paypal-Guthaben jetzt nur noch 0,00 Euro und somit haben wir auch schon Paypal-Guthaben auf das entsprechende Bankkonto überwiesen. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.